Warum ist der Schweizer so kompliziert und wegen der Zweitwohnung? Ich verstehe es nicht. Ist das da zum Beispiel mein Zweitwohnung oder nicht? Kannst du auf den ersten Blick gar nicht sagen. Die Möbel sind von einem Brockenhaus, könnte also schon eine Zweitwohnung sein. Aber der BMW vor dem Haus hat eine Z-Hall-Mumreschild. Ist also wahrscheinlich schon mein Hauptwohnsitz, oder? Oder mein Spurenhof im Kosovo sieht mega mässig aus. Der Lied denkt, das ist sicher ein Hauptwohnsitz. Steht aber meistens leer. Ist es also vielleicht schon der Zweitwohnung? Boah, ist der Problem von dem neuen Zweitwohnungsgesetz typisch schweizerisch. Du musst nicht überlegen, wie es der neue Relevant macht. Du musst überlegen, wie hast du ihn zum Gehen? Wenn du einen Zweitwohnung hast, setzt du einen Verwandten hinein. Hast du immer irgendjemand, der Probleme gemacht hat und kurz abtaken muss. Schau, für einen illegale Cousin ist es nicht lustig in St. Moritz oder Gstaed oder Grand Montano. Es hat einfach zu viele Ausländer dort. Ja, man will doch schon ein paar Schwitzer um sich haben, oder? Und sonst, kaufst du einen Zweitwohnung in Kosovo? Wir haben noch Platz. Oder willst du einen Bauernhof mieten? Schick mir ein SMS. So einug jeden Tag zur Mittwoch.